Wahrscheinlich ein Stück von dem da. Ich mache jetzt den Lakaienjob hier. Ja, hast du doch gesagt, oder? So, heute sind wir am langen Emil. Ich glaube, bis wann hatte der den längsten? Ja, danach kam ich und du. Ja, klar. Ja, klar. So, dann sind wir nochmal am stremter Kreisel, weil nicht alles komplett geklappt hat. Und dann testen wir halt jetzt aus, auf was wir diesmal hinkriegen. Bis zum nächsten Mal. 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 Jetzt frage ich dich natürlich, wofür mache ich dir die Checkliste, ne? Onkel, sag mal ich schäme mich, sag mal ich schäme mich. Und wie man so unschwer erkennen kann, haben wir im Hintergrund den langen Emil und den kurzen Karel, glaube ich, heißt das Vieh. Und da ist Madame Mimimi, ich bin ja der Typ mit den kurzen und dabei habe ich mein Leben lang fast immer die Wahrheit gesagt. Weißt du, was das schön an der Soffe ist? Was? Du kannst noch dran rumschneiden. Du kannst so viel dran rumschneiden. Ja, ich weiß. Deswegen kann ich auch hemmungslos was von mir geben. Machining. Musik 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 Musik